Musik Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und super leichten Platin mit dem neuen Spiel von T-Games, The Jumping Muffin. Das Ganze ist seit heute im Playstation Store erhältlich, kostet 1,49 Euro, wie immer bei der Standardversion gibt es für PS4 und PS5 kein Cross-Buy, das Ganze, also müsst ihr wieder beide Versionen separat kaufen, ihr kennt das ja, auf jeden Fall 8-fach Platin möglich, wenn ihr euch das Ganze noch im Asien, Japan und US-Store kauft. Also alles wie gehabt hier, auch im neuen Jahr, ändert sich bei dem ganzen hier nichts, 21 Trophäen hat das Ganze insgesamt, dauert der Platin wie immer 3 Minuten, bei der Standardversion, bei der Turboversion geht das Ganze natürlich immer ein bisschen schneller, da dauert das Ganze nur 1 Minute. Turboversion kommt dann am Sonntag und ja, natürlich wie immer beim Jumping Spiel gibt es natürlich auch ein kleines Gewinnspiel meinerseits. Auch da wird sich dieses Jahr erstmal nichts ändern. Ich verlose wie immer ein PS4-Code, also hat wieder einer die Möglichkeit, das Ganze hier einmal gratis zu platinieren. Alles was ihr dafür tun müsst, ist mit dem Wort Muffin zu kommentieren. Ja, also das Wort Muffin muss in eurem Kommentar drin vorkommen. Ihr kennt das Spiel, mittlerweile denke ich mal, wir machen das Ganze jetzt schon seit über einem halben Jahr. Da ändert sich in der Regel eigentlich auch nichts. Ja, entweder einzeln oder als kleinen Satz. Wie es die meisten auch immer machen, finde ich immer ganz nice, finde ich immer cool. Wenn sich die Leute da auch ein bisschen Mühe geben und ein bisschen kreativ dabei sind, finde ich immer ganz cool, das Ganze dann auch zu lesen. Und ja, die Auslosung bzw. das Gewinnspiel endet dann am Dienstag und sofern dann nichts dazwischen kommt, findet auch am Dienstagnachmittag, mache ich dann wieder die Auslosung. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, je nachdem wie ich arbeite und manchmal bin ich dann zu müde oder habe einfach keine Lust und dann verschiebe ich halt die Auslosung um einen Tag. Dann kommt es aber meistens dann auch mittwochs, aber in der Regel halt dienstags. Und natürlich auch am Sonntag kommt dann wie gesagt die Turbo-Version von The Jumping Muffin. Auch da wird es dann wieder ein Gewinnspiel geben. Ja, also auf jeden Fall dann, wenn ihr mitmachen wollt, auf jeden Fall das Video dann am Sonntag auch ansehen, anklicken, ansehen, kommentieren, damit ihr auch beim Gewinnspiel teilnehmt und mit etwas Glück dann auch gewinnt. Also Turbo-Version kostet wie immer 2,99 Euro, ihr kennt das Ganze. Und ja, auch der Monat ist schon recht verplant von T-Games. Also der ganze Monat, man kann schon alles im Playstation Store sehen. Der Jumping Salad, der Jumping Chocolate wird kommen. Onigiri oder wie das Ding da heißt, irgendwas Chinesisches, Japanisches mit so einer Reiskugel, keine Ahnung. Quiz des France ist ab morgen erhältlich. Davon wird es dann auch wieder 4 Versionen geben. Und ja, hier sind wir wieder bei den 500 Jumps angelangt und somit haben wir auch schon wieder die Platin und somit ist das Video auch dann dementsprechend schon wieder vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus. 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 Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017